ich habe angst alter alter hintertürschlüssel was haben wir jetzt hier runter können wir überhaupt hier runter ich habe Angst die Tür ist offen läuft hier jemand rum hallo ich habe Angst alter hier läuft doch jetzt hier irgendjemand rum oder ich sage es doch sollen wir jetzt an den vorbeischleichen oder was alter dass man sich nicht so rüber lenken kann wenn er uns hiezen für tot oder was der ist auf jeden Fall nach links gegangen ich habe die Buchse voll wo ist er hin so Schritte hören wir nicht nur unsere alter wo ist er wo ist er alter am besten behenden ich habe richtig Paras was war das ist er oben ist er oben wo ist er denn bestimmt an der Tür wo wir hinwollen alter alter ich habe Angst raus raus alter habe ich mich erschrocken so sind wir also da hingekommen mit dem Kollegen da alter wir müssen uns hier raus holt Die Familie erwartet sie. Frühjahr 2017. Öffnen sie die Tür zum Ways and Evil Botschafterprogramm. Taste drücken. Zum Botschafterprogramm. Also die Sicherung finden oder was? Dann kommen sie aus dem Haus. Keine Videokassette. Den Hebel können wir noch nicht benutzen, auch wenn wir den sehen. Doch. Können wir schon aufmachen. Haben wir dann hier auch schon direkt den... Hä? Der Schlüssel liegt jetzt hier nicht. Alter. Aber da ist eine Sicherung. Die haben wir vorhin nicht gefunden. Rein da. Ist er jetzt schon da oder was? Ich hab doch was gehört. Alter. Schreckt mich doch nicht so. Spiel. Ich hab Angst. Ich hab ja auch noch. Ob das Licht brennt. Hier schon mal. Ist das Licht brennt? Das ist ja auch schon hier unterwegs? Oder? Hier ist schon mal keiner Drücken wir mal den Knopf Oh Hallo? Ist das hier? Da ist das Telefon Gehen wir mal dran und wer ist da? Okay Oh Helikopter Alter, ich bin voll durcheinander Wie kommt der da hin? Was? Muss ich mich beeilen oder so? Oder sehe ich jetzt mehr? Da wie er zerpflückt wird, ne? Okay Mehr sehe ich schon mal nicht Piep Bitte schalten Sie nach dem Piepton ein Die Familie erwartet Sie früher Öffnen Sie die Tür zum Wäuse und eben für Botschafterprogramm Ist irgendwie eine Reihenfolge einhalten? Oder? Dass ich vorhin zu früh rausgerannt bin und Okay Ich hab doch schon was gehört Aber wie kam er so schnell hinter mir? Puppenfinger 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 So Irgendwas haben wir dann vorhin bestimmt falsch gemacht Dass wir Oder wir sollen uns beeilen Ich weiß es nicht Schauen wir mal das Tape Schauen wir mal das Tape Das wird bestimmte Reihenfolge einhalten müssen Ich weiß es nicht Auf jeden Fall ist es sehr laut Ich werde dich an den Stein zerschmettern Alter So Hier haben wir jetzt noch nicht den Schlüssel Aber die Sicherung So Gucken wir uns mal jetzt das Video an Alter Jetzt sterben wir nach dem Video oder was? Alter Heavy Richtig am Schwitzen Ich hab keinen Bock auf Nachvertonung Schon wieder Schon wieder Neuer Plan Neuer Plan Verzückt Das ist Auf jeden Fall Das ist uns ja soweit bekannt hier Drehen wir? Ja wir drehen schon die ganze Zeit Alles ist im Kasten Nicht mehr Nach dir Nach dir Ich bleib mal hinter ihn Wohin er verschwindet Verzückt Ich war ein Anker Du weißt Wir können suben, Piet Nichts Anker Was ist das? Nichts Das ist eine Geschichte André Abandacht Zuverschmacht 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 Zuerst Wie lange hast du gesagt, dieses Ort zuverschmacht? Drei Jahre Cosmetics Oh Wie ist das? Oah Hillbilly Joe und seine Familie gehen lassen Nicht Hillbillies Die Bakers Jack und Marguerite Baker Und die schreiten Sie haben zack Ich kann hier noch nicht durch, warum? Super. André. André. Clancy, siehst du, wo André ging? Was ist denn? Unglaublich. Das ist die letzte Mal, dass ich mit diesem Mann arbeite. Ich meine, die Produkte, die kommen und gehen. Aber ein guter Kameramann wie du, Clancy? Du stehst mit mir. Was war das denn? Hörst du das? Vielleicht darf ich mir dann auch die gewissen Sachen nicht angucken, wie das Video jetzt hier. Um die Produzententür zu öffnen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. André, wo bist du, Mann? Was ist denn? Zuck. Ich könnte jetzt schon mal runter. Mach ich auch. Können wir uns hier schon mal umschauen. Was hier abgeht. Vielleicht können wir ein bisschen mehr sehen, als vorhin. Können wir uns hier nochmal ein bisschen besser umgucken. Auf jeden Fall hängt er da schon mal. Das wissen wir, ja? Aber was macht er automatisch, wenn ich da hingehe? Mh. Lecker. Der ist nämlich auch schon mal game over. Alter. Ich werde dich, ja, ja. Das haben wir schon gelesen. Ich werde dich auch an den Stein zermahlen. Jetzt ist hier der Schlüssel. Die Tür ist offen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er schon lang gelaufen ist. Sicherung ist drin. Jetzt gehen wir mal hoch. Warn mal ist er schon oben. Wir laufen ihn voll in die Arme. Alter. Wir lassen es mal klingeln. Aber anscheinend müssen wir da dran, ne? Aber wie kam er gerade hier hinter uns? Hallo? Alter. Herzkasper. Wer bist du? Du hast das Macht, zu wählen. Aber das Ergebnis mit dieser Wahl kann nicht sein, was du erwartet hast. Ich hab Angst. Wir standen da glaube ich auch viel zu lange. Deswegen vielleicht nicht, dass wir uns zu wenig bewegt haben oder so. Alter. Lauter geht's auch nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß auch nicht, was ich hier noch machen soll. Und die Tür krieg ich nicht auf. Willkommen in der Familie. Fuck. Mann. Das ist... Scheiße. Hier machen wir erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht schaffe ich es nicht.